Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Weiter geht's. Also, das ist der Kern. Was ist da drin? Was ist das? Ein Boss. Natürlich war der direkt ein Boss. So, Drachenspalter. Dadwin, secret move. Dragon, King, Slice. Axe 24. Okay. Du machst mal das hier Alle bisschen Verteidigung hoch Du krumm- Du krumm- Du krumm- Jorde Du krumm- Das sollte eigentlich verhindert werden Aua Du machst mal heilen auf ihn Wasser Schuppo Aua 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 Das hat ganz schön Schaden gemacht Oh, Dustin ist ergiftet Die beiden sind vergiftet Please protect us Was nehme ich denn? Nimm das Oh So, Gift muss weg Aua So, Gegenstand Das war jetzt wichtig Der hat sich ein bisschen geheilt Hier geht's Das ist so schön Geht Geht Das ist da Geht Ich bin Use your guts! Guts! So, all heilen! Das brauchte ich jetzt! Irgendwie ist der linke ziemlich effektiv. Schwach auf, Sepp. Mal gucken, ob das funktioniert. Come on back for more! Oh, my might. Das ist ein Duff, Gangster. Oh, der Rechte ist auf Eisgut. Der linke Arm ist auf Eis, der rechte auf Blitz. Oder war es andersrum? Aua. Die linke Hand ist was weg. Das ist ein Duff, Gangster. 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 Das ist ein Duff. Das ist ein Duff, Gangster. 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 So, ein bisschen heilen ist ihm jetzt wichtig gewesen. Jetzt ist es... Hör auf damit! Ich muss was gegen die Vergiftung tun. So, sepp alle. Du haltest erster selbst? Please protect us! A hundred million volts, take that! A hundred million volts! Du machst ihn mal auf Verteidigung Du musst dich heilen 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 Das war's für heute. Oh Oh Will ja schon wieder Giftgas machen You're not gonna get away from this Fuck Oh 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 Please protect us Oh 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 No Du heilst mal wieder. Man, du, du hast die, du hast die. Man, du hast die. Das war's für heute. Mann, der heilt sich immer. Natürlich ist der schneller. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, das wird nichts mehr. B-Slash! Nochmal jetzt sind zwei tot. Ja, und das war's. Dieser Gegner ist richtig hart. Oh! Ah! You stupid fool! You fool, Justin! So, und bevor ich das nochmal versuche, mach ich hier einen Cut und bis zum nächsten Part. Das war's.